Dritter Satz bei 2 zu 0 Führung von Patrick Baum und Ricardo Walter von Borussia Düsseldorf, den deutschen Mannschaftsrekordmeister, gegen die beiden Youngsters vom TSV Bad Königshofen. Links Kilian Ort, der jetzt aufschlägt, an seiner Seite Christoph Schillet. Die Schiedsrichterinnen am Tisch, Markit Mörtel aus Hof. Applaus 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 Und die beiden Youngsters aus Bad Königshofen hier am Ort und Christian Schiller nehmen den Bundesliga-Stars einen Satz ab. Es steht nur noch 2 zu 1 gegen Iparo. Applaus Und der Kussi同 ist bei dem Lieferung von Ricardo Walden. Applaus Und der Kussi auch bei der Kussi-Gall. Applaus Und der Kussi-Gall. Applaus Vielen Dank.